Herzlich Willkommen, Hello Soulmate Community! Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dass du dabei bist. In diesem Podcast teile ich alles mit euch. Meine Gedanken im Alltag, wenn ich plötzlich eine Blitzerkenntnis bekomme und etwas richtig Cooles manifestiert habe oder einfach generell mein Wissen und Erfahrung im Bereich manifestieren. Ich danke allen von ganzem Herzen, die meinen Podcast hören und etwas lernen wollen. Oh mein Gott, es ist Freitag, so ein wundervoller Tag. Die Sonne scheint wieder und es ist März. Frühlingsgefühle ist in die Air. Und ich hatte gestern voll eine coole Idee. Und zwar nach dem Podcast, beziehungsweise nachdem ich die Folge aufgenommen habe, hatte ich so eine, wie ich das nenne, so eine Blitzerkenntnis oder Idee. Und zwar, ich habe ja über Seelenverwandte gesprochen und habe dann auch eine Folge auf Englisch aufgenommen, also falls ihr Englisch liebt, so wie ich. Also ich kann natürlich, man merkt das, sage ich mal, auf literally 1000 Kilometer, natürlich besser auf Deutsch mich austrücken, aber ich gebe mein Bestes, dass ich meine Englischkenntnisse verbessere. Da will ich auf jeden Fall was machen. Aber ich liebe Englisch so, so sehr. Und wenn du auch Englisch liebst und manifestieren, dann hör gerne rein. Heute möchte ich darüber sprechen, wie reden eigentlich Manifestationsfreunde. Ich habe das in Form von einem Dialog gemacht. Und zwar geht es um zwei Freunde. Die erste Person heißt Universum und die zweite innere Stimme. Das fand ich total cool. mit den Wörtern zu arbeiten. Also die haben jetzt kein bestimmtes Geschlecht. Das ist einfach, ich habe das generell so ganz normal mir das ausgedacht. Okay, dann starten wir damit. Universum. Hey, was hast du dir zuletzt manifestiert? Innere Stimme. Meine Traumfrau. Oh, ich wusste, sie ist die Richtige, als ich sie literally zum ersten Mal gesehen habe. Universum. Oh mein Gott, wie krass. Freut mich mal für dich. Glückwunsch. Innere Stimme. Wie bist du eigentlich spirituell geworden? Universum. Wie denn? Natürlich durch Instagram. Innere Stimme. Oh voll mega. Was gefällt dir jetzt am meisten, wo sich dein Leben komplett verändert hat? Universum. Dass alles möglich ist. Es ist unfassbar easy und mühelos. Meine Gedanken und Herzkraft unterstützen mich. Universum. Voll schade, dass so viele Menschen das gar nicht ernst nehmen. Innere Stimme. Aber weißt du was? Wie geil. Wir können doch kollektiv manifestieren. Liebes Universum. Danke, dass immer mehr Menschen auf dem richtigen Weg sind. Danke, dass die Menschen ihr Traumleben leben. In Harmonie, Liebe, Glück und Freude. Universum. 4 mal die 7. Alle Menschen lieben manifestieren. Innere Stimme. Hören wir uns gemeinsam Affirmationen an? Es ist so cool, dich zu haben, mein Seelenfreund. Danke, Universum. Lebe delusional. Wo hast du eigentlich deine Millionen versteckt? In Miami? Ich hoffe, ihr hattet auch total Spaß und fandet das Dialog total cool. Also das war so eine kleine Vorstellung, aber natürlich kann man das auch noch cooler machen. Aber ich fand es total interessant, zu sehen, wie Manifestationsfreude reden. Also sie sind, sage ich mal, positiv, denken auch positiv und unterstützen sich gegenseitig und haben auch tiefgründige Gespräche und ja, das ist einfach wundervoll. Also ich liebe diese Connection, ich liebe Manifestieren und generell tiefgründige Gespräche. Genau. Also ich wünsche euch einen wundervollen Tag und ganz viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und never forget, verbreite Positivität, love vibes is everywhere, wenn du positiv bist und es auch so siehst. Ganz liebe Grüße, deine Visionärin.